Hof Geismar, deutsche Presseagentur schrägstrichle, minus drei Jungs haben am Bahnhof Hof Geismar, Landkreis Kassel, auf einem Gütezug geladene Neufahrzeuge mit Steinen beworfen und so einen Schaden von etwa 35.000 Euro angerichtet. Sie hätten an vier Fahrzeugen den Lack und das Glas beschädigt, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Durch den Hinweis von Zeugen der Tat vom Sonntagabend konnten ein 15-Jähriger und zwei 13-Jährige ermittelt werden. Gegen den Ältesten wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die beiden anderen sind wegen ihres Alters noch strafunmündig. Copyright Deutsche Presse Agentur Info.com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 22041499 92095625